Diese Form hier kennt man, das muss doch ein Porsche sein. Ist es auch. 40% dieses Autos sind ein Porsche Taycan. Aber wer kein Porsche fahren will, der fährt bekanntermaßen Audi. Aber ist dieser Audi ein Porsche? Beim Audi S2 haben wir das gesagt. Was spricht hier dagegen? Der wird gar nicht bei Porsche in Zuffenhausen gebaut, sondern der hier kommt aus Heilbronn. Ist also ein richtiges Audi-Produkt, aber dann noch 40% Porsche-Teil. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das hier ein Porsche und welches Auto sollte ich denn nehmen? Die Porsche Form, die kriege ich auf jeden Fall.